Guten, naja, morgen kann ich nicht sagen um 16 Uhr, aber willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Ich habe euch gedacht, nachdem ich von Köln nach Hause komme, wird mein Leben so richtig spannend wieder. Ihr setzt mich vor dem PC, hier kommen die ganze Zeit Menschen vorbei, das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe mir gedacht, ich setze mich vor dem PC, mein Leben wird so richtig spannend wieder. Ich blogge den ganzen Tag, was passiert? Ich schalte den Stream an, denke mir nichts Böses. Start Minecraft. Meine Maus ist kaputt, also die Daumentasten gehen nicht mehr. Die haben schon seit sehr langem rumgespinnt. Ich konnte sie bisher immer mit einem Messer, mit einem Gabel, mit irgendeinem Mittel fixen. Indem ich diese verbindende Kabel zwischen den einzelnen Teilen vor der Maus, weil ich habe hier eine Madcats Maus. Und die ist so aufgebaut, dass sie aus drei, glaube ich, verschiedenen Teilen besteht. Und die sind mit so roten Kabel verbunden. Und diese rote Kabel, die sind halt leicht kaputt. Und bisher konnte ich sie halt immer fixen, jetzt nicht mehr. Und wenn ich jetzt von Amazon eine neue Maus bestelle, dann dauert sie wieder mehrere Tage, bis es ankommt. Und ich habe noch einen Saturn-Gutschein von 30 Euro, weil ich damals mein Speedlink-Headset geholt habe. Und das habe ich ein Jahr lang benutzt, dann ist das Maik kaputt gegangen. Und dann habe ich das zurückgebracht, habe ich eine neue bekommen. Habe ich wieder ein Jahr lang genutzt, ist es wieder kaputt gegangen. Habe ich wieder zurückgebracht. Die hatten keins mehr, weil es war noch genau in der Garantie. Und deswegen habe ich einfach einen 30 Euro Gutschein bekommen. Und das kann ich jetzt noch nutzen, das ist wunderbar. Also, ich habe quasi zwei Jahre lang kostenlos ein Headset benutzen können von Saturn. Das war super nice. Und ja, jetzt habe ich jetzt noch einen 30 Euro Gutschein. Das kann ich jetzt dafür auch noch ausgeben. Also, ich nehme euch mit. Wir gehen zum Saturn, zum Stachus und kaufen eine neue Maus. All my fears should be burning When I feel the sun, there's nothing much stronger All my fears should be burning When I feel the sun, there's nothing much stronger In the city I'm running out of space All this morning I wanna turn the race Stop dreaming I'm moving far away Time is missing Living all this mess I can't eat it all I can't Switch it all I swear You're breaking me down As hell Shot, shot, don't know my All my fears should be burning When I feel the sun, there's nothing much stronger All my fears should be burning When I feel the sun, there's nothing much stronger Nothing much stronger I hear nothing much stronger I hear nothing more Und ich habe mir die New Series Rival 300 gekauft. Hat mir im Gutschein jetzt 11€ irgendwas gekostet, weil es halt 44€ irgendwas gekostet. Ich hatte einen 33€ Gutschein. Genau 33€. Deswegen habe ich jetzt nur 11€ irgendwas bezahlen müssen. Das ist ziemlich cool. Und ja, jetzt muss ich jetzt meinen PC anschalten. Ja, jetzt halte ich kurz bis der PC angeht. Dann tausche ich die beiden Mäuse aus. Gehe ich was futtern. Wunderschön. Ich gehe jetzt mal was futtern. Also erstmal die Mäuse austauschen, dann gehe ich was futtern. Gehe ich duschen und dann heißt es erstmal Late Night's Dream. Danke, dass ihr mich heute begleitet habt. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss. Tschüss.